Liebe Schwestern, liebe Brüder, zum Schluss der Christmitte wünscht der Erzbischof, die Weihbischöfe, das Domkapitel, Ihnen allen ein christusinniges Weihnachtsfest. Wir wünschen das nicht nur, sondern wir sind hier vier, wir bitten Ihnen das jetzt achthändig vom Himmel herab, dass Sie wirklich mit einem Segen nach Hause gehen, von dem man wieder lange zehren kann. Ich freue mich, dass wir uns bei der kalten Jahreszeit warm gebetet und warm gesungen haben. Auch wenn Sie nach Hause kommen, wäre ganz vernünftig die über 18-Jährigen ein kleinen Schnaps zu trinken, damit sie nicht krank werden. Nun aber Gottes Segen, an dem alles gelegen ist. Der Herr sei mit euch. Und die alle Gute heißen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und die alle Gute heißen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehört Ihnen Frieden. Und die alle Gute heißen. Und die alle Gute heißen. Gehört Ihnen Frieden. Against die alle Gute heißen. ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020